Was soll ich jetzt machen? Bitte? Was soll ich jetzt machen? Du sollst auch nicht für sich gar nichts machen. Du sollst nur schön sein. Und du darfst dich schon bewegen. Das ist ein Video. Ach so, was soll ich? Okay, du darfst dich schon bewegen. Okay. Ja, mal die Haare weg, dass man es hinten auch sieht. Nein. Ja, jetzt hast du natürlich ein BH an. Aber es ist ein bisschen ins Kleid. Jetzt schauen wir uns aber das andere Mal noch. Mhm. Gell? Ja. Jetzt haben wir dieses. Dreh dich mal ein wenig. Schön. Ja, du kannst es machen, wie du willst. Ja. Tun wir die Haare von hinten weg. Ja. Ich meine, das ist echt nur Geschmackssache. Es ähneln sich die Farben, beides schön Pastell. Sowohl das Hellblau, wie auch jetzt dieses Zarte. Gell? Ja. Das ist echt nur Geschmackssache. Also ich glaube, das war es. Ja. Hm? Tier? Ja. Das? Äh, Jubel assistiert. Das musst du schon tun. Du hast einen großen Auftritt. Oder? Wie machst du denn da deine Haare? Was? Ja. Locken oder was? Ja. Wahrscheinlich, ne? Hm. Vielleicht stecke ich es auch so ein bisschen hoch. Hm. Dass es ein bisschen locker ist oben. Ja, so halb, also so halb hochgesteckt und dann noch so locker. Bissel. Also da kommt doch die Friseuse da von der Claudia, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Doch, also ich... Also ich denke, du bist das cool. Ich finde, dass das... Ja, ich glaube... Ein bisschen... Ein bisschen... Ist was anderes. Ja. Irgendwie schon. Die anderen sieht man öfter mit... Ne? Ja. Genau. Also meine Meinung. Findest du ja, dass das ein bisschen aufträgt? Überhaupt nicht. Warum soll ich nicht auftragen? Genau. Über, überhaupt nicht. Ach Gott. Was bildest du dir überein? Das ist vielleicht Fishing for Compliments. Ne, ne, ne. Das mache ich nicht. Ja. Darf ich mir die langen Autos mal anschauen? Ja, noch freilich. Du darfst alles anschauen. So, jetzt haben wir die Kurzen jetzt mal durch, zweimal live in der Boutique.